Servus liebe Leute, willkommen zur nächsten Folge, eine Million Euro Challenge. Ich fahr jetzt mal und guck mir meine Felder an. Ich hab hier meine Karte mit dabei und da steht drauf, wo meine Felder sind. Guck ich mal, also als erstes links. Ah da, an einem Silo. Stimmt, da ist noch eine freie Wiese, war das, glaub. So, eine freie Wiese. Ja, hier oder vorne ist ein Rest, dann könnte man da nämlich mal mähen. Muss ich mal gucken, wegen einem Mähwerk. Ich hab nämlich noch gar keins. Muss ich entweder mal eins kaufen oder das Lohnunternehmen macht's. Muss ich gucken, wie wir das machen. Aber man muss jetzt dann erstmal ein bisschen investieren. Dann werde ich mir wahrscheinlich ein Mähwerk kaufen. Muss mal gucken, was die kosten. So, dann grad aus. Da vorne ist doch wieder der Unbekannte. Ich glaub, ich halte den mal schnell an. Mal gucken. Hallo. Hallo. Marvin Hofler mein Name. Strontz, Max mein Name. Hallo. Sind Sie neu hier? Ja, ich kenn Sie ja noch gar nicht. Ja, ich wurde, ich wurde auch umgesiedelt, hat dir, ja, hat auch einer gesagt. Ich hab jetzt nur den Namen nicht mehr im Kopf, der vorher bei mir war. Wurden Sie dann auch umgesiedelt von einem anderen Dorf hierher? Ja, so zu, ja. Okay. Ja. Und ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger hier. So seit Frühling ungefähr. Okay. Ja. Dann haben Sie aber einen großen Bulldog hier. Ja, ich hab ja vorher auch schon Landwirtschaft gehabt und, ja, auch meine Maschinen mitgenommen. Okay. Ja, sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Müssen Sie mir mal sagen, wo Sie wohnen, dann komm ich mal vorbei. Aber jetzt hab ich grad leider keine Zeit. Okay. Aber wenn Sie möchten, können wir gerne Nummern austauschen. Ja, ähm, ich geb Ihnen mal hier meine Nummer. Danke. Okay. Ich ruf Sie dann einfach mal an. Okay, so machen wir es. Perfekt. Danke. Tschüss. Wir schaffen noch, ciao. Danke Ihnen auch. Tschüss. Okay. Dann muss ich gucken. Also, dann fahr ich jetzt hier mal weiter, guck mal wieder auf meine Karte und dann muss ich hier vorne irgendwo, ich bin irgendwo so ein Feldweg. Genau hier. Ja gut, dann hab ich den jetzt auch endlich mal kennengelernt. Der Neue für uns. Oh. Ich glaub, das ist ein Maisfeld. Das ist hier rechts, glaub ich. Mhm. Okay, ja, dann muss ich da mal reden, beim Loneunternehmen. Ob man da häxeln könnte. Die ruf ich dann nachher mal an. Aber nicht jetzt. Dann gucken wir mal. Ob man hier irgendwo noch... Dann haben wir Dreschen, hm, ich hoffe, damit man irgendwo noch Dreschen muss. Oh. Ich fahr hier durch einen fremden Hof. Mich sieht niemand. Schnell durch, schnell durch. So, dann links. Und dann irgendwo jetzt hier gleich rechts. Ja, hier. So. Dann müsste es hier irgendwo... ...es Feld kommen. Ja, hier. Links. Ich auch ein Maisfeld. Oh je. Das ist so teuer. Bis wir Mais häxeln und das ist ja eine Riesen... ...arbeiten, müssen hier mehr mitmachen wie zwei. Dann brauchen wir noch einen Maishäxler, brauchen noch jene Menge Abfahrer. Aber was gut ist, damit ich eine eigene Biogasanlage habe. Das macht das Ganze einfach noch mal billiger. Und tue ich einfach das da alles deponieren. Das ganze Häckselgut. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Häckselgut machen soll. Mal gucken. Vielleicht wahrscheinlich verkaufen. Nein, ich habe ja bis jetzt noch keine Kühe. Oder ich hebe das einfach auf, bis ich dann mal Kühe habe. Und dann kann ich die damit füttern. So, das waren jetzt alle Felder. Würde ich sagen, fahren wir jetzt wieder zurück zum Hof. Und werde dann mal gucken. Was wollte ich als nächstes machen? Achso, ja. Anrufen. So, gucken wir mal. Dann rufe ich gleich mal das Lohnunternehmen an. Ich hoffe, er wird hingehen. Aber die haben ein eigenes Büro, da gehen sie eigentlich meistens immer hin. So. Johannes Müller. Hallo, Marvin Hofler hier. Hallo. Hallo. Ich habe gerade meine Felder angeguckt, wo die sind. und so weiter, was drauf ist. Und jetzt habe ich gesehen, damit da zwei Felder voll mit Mais sind. Und ich habe keinen Mais-Häcksler und habe keine Abfahrer. Ja. Da müssen wir nachgehen. Bloß haben wir jetzt keine Zeit mehr. Wir sind beide weg. Okay, wann hätten Sie da Zeit? Ich muss jetzt gucken, wie ich mit dem Mais-Häcksler-Handels fertig will. Und meine Mitarbeiter mit dem Gruppern aber ich würde sie nochmal anrufen. Okay, danke. Ja. Bis dann. Ja, ciao. Ciao. Okay, dann haben wir das auch mal geklärt. Ähm, perfekt. Dann gibt es eigentlich jetzt gerade nichts mehr zu tun. Ich könnte einfach so mal aus Langeweile mal den Herrn, wie hat er nochmal geheißen, Herr Strons anrufen. Dann gucken wir mal, ob er rangeht. Ja, hallo. Hallo. Max Strons am Apparat. Hallo. Hallo. Äh, sind Sie immer noch auf dem Feld? Ja, aber ich bin jetzt gleich fertig und gehe jetzt an das Nächste. Okay. Dann hat es uns erledigt, weil ich würde gerne mal jetzt bei Ihnen vorbeikommen, weil ich gerade nichts zu tun habe. Ja, ich kann auch schnell in der Hof. Ich muss meine Maschine erst eh noch reparieren. Wir reparieren, mir ist gerade ein Zinken abgebrochen. Oh. Dann fahr ich jetzt schon mal hin und dann sieht man sich bestimmt gleich, oder? Okay, ja. Bis gleich. Tschüss. So. Das ist ein bisschen blöd, wenn da irgendwas abbricht. Am Gruber. Das ist sehr übelig. Das ist mir Gott sei Dank noch nie passiert. Aber... Ich bin ja ehrlich, ich habe bis jetzt noch nie irgendwas auf den Feldern gearbeitet. Auf dem alten Dorf auch noch nie so richtig. Ja, weil... Ich habe ja erst alles vorbereiten müssen auf dem alten Dorf. Habe mich einwohnen müssen. Ja. Jetzt habe ich wieder umziehen müssen. Und... Ja. Es steht halt so. Aber ich werde bestimmt hoffentlich noch dazu kommen, zum Arbeiten. zum Arbeiten. So. Ah, ist sogar schon da. Okay, also dann parken wir mal, mal gucken, wo wir parken. Ich pack mal hier. Einfach da mal reinpacken. Hallo Herr Strons. Hallo. Und das ist Ihr toller Hof. Ja, also BGA-Hof. Ja, also BGA-Hof. 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 Also arbeiten Sie einfach so, so nebenbei halt, ein bisschen Landwirtschaft? Nee, eigentlich Vollzeit quasi. Nee, eigentlich Vollzeit quasi. Okay, und dann betreiben Sie halt so nebenbei die BGA, oder? Nee, also ich betreibe die BGA und sonst manchmal tue ich auch Weizen oder sonstiges ansehen und das dann verkaufen. Okay. Dann haben Sie das eigentlich schon recht stressig, oder? Ja, jetzt bin ich gerade mit Mähen und so fertig gewesen und jetzt muss ich wieder Kuppern fürs Meisern sehen. Also, das ist das, was der, ähm, wer hat mir das nochmal erzählt, der, ähm, Herr Schramm, der Hans, der hat mir das erzählt, damit er ausgeholfen hat bei Ihnen. Ja, genau. Ja. Okay, dann war das bei Ihnen. Ja. Ja. Toller Hof. Bisschen. Danke. Groß, klein, klein, aber großflächig. Ja. Der, der Radlader, der, der ist auch neu. Den habe ich, äh, auf, auf meinem alten Hof noch nicht gehabt, den habe ich jetzt ersetzt. Vorher war es in Liebhaar. Der ist schon ein bisschen gebraucht. Hahaha. Ja, den habe ich jetzt ein bisschen gebraucht, zum Siederfahrer. Ah, cool. Zwillingsbereitung. Ja, cool. Cool, cool, cool. Meis-Hächsler haben Sie auch? Ja, aber der kleine und ich werde auch wahrscheinlich ihn verkaufen und dann immer das Lohnunternehmen engagieren. Okay. Ja, ein Lohnunternehmen ist halt ein bisschen teurer, die ihren eigenen zu besitzen, denke ich mal. Ja, aber, ähm, die haben ja auch dann einen Krone, der hat dann auch mehr Schlagkraft. Okay. Und ich werde dann wahrscheinlich eh beim Meisen immer Wagen fahren. Ja. Okay. Kennen gelernt zu haben. Ähm, ja. Danke, gleichfalls. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Mittag. Danke Ihnen auch. Ciao. Tschüss. Tschüss. Na, ist er weg hinten? Ja. Ich will ihn nicht umfahren hier. Das muss nicht sein. Also, dann fahren wir wieder nach Hause. Und dann gibt's eigentlich hier zuerst mal nichts mehr zum Arbeiten. Ah, der Hans Schramm. Ja, gibt's eigentlich nichts mehr zum Arbeiten. Das Mais häxeln ist auch geklärt. Haben sie jetzt. Aber keine Zeit jetzt erst mal. Aber der wird ja dann nochmal anrufen. Also, dann... Jo. Gucken wir mal. So, dann war's das jetzt schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's dir gefallen. Und dann gucken wir mal. Wahrscheinlich werden wir dann in der nächsten Folge Mais häxeln. Wird eine richtig coole Veranstaltung. Und dann... Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ja. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.